So, dann starten wir sie mal. Oh, da spielen wir jetzt mit Evie. Gucken wir mal. Tuck, tuck. Die Kinder in meiner Obhut sind krank geworden. Unser Tonikum half nicht. Ich bin hier. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Aber, natürlich, Miss. Lara! Ist dir ein Doktor in der Nähe? Bringen Sie sie rein. Sie brach zusammen? Ja, sie sagte andere Namen Tonikum, aber es half nicht. Das denke ich mir. Seit dem Mord an Eljetson wird der Stadtteil mit gefälschten Tonikum überschwemmt. Sie braucht Ruhe und Pflege. Aber ohne Medikation wird sich ihr Zustand schon bald verschlechtern. Was brauchen Sie? Ich brauche Vorräte. Und zwar viele. Und Medizin. Einige der rahen Zutaten werden gestohlen und dann versteigert. Ich helfe Ihnen gern. Hier ist die Liste. Hier ist die Liste. Frey. Evie Frey. Florence Nightingay. Sehr erfreut. Und Tempo. Wir haben wenig Zeit. Ja. Ja. Gut. Medizin besorgen. Wo? Erstmal machen wir hier die Fähigkeiten. So, hier haben wir. Ja, alles. Da würde ich gleich sagen, machen wir das, wenn das geht. Dann haben wir auch schon alle Fähigkeitspunkte verbraucht. Und los geht das. Viel Zeit habe ich jetzt hier ja nicht, wahr? Sieben Minuten 48. Jetzt überlege ich. Gut, eigentlich sind 400 Meter ja nicht so weit. Ob, komm. Ei. Zack. Nein. Ach, Mensch, und vorliegt er ja auch nicht. Das ist natürlich immer ganz schön, wenn ich Zeitdruck habe, passiert mir immer so ein Scheiß. Jetzt werden wir mal hier, Richie Asim. Los. Miss Frey. Vielleicht eine Kutsche nehmen, wenn eine da ist. Ich denke, das wäre sogar besser. Ich weiß nicht, ob die was bringt hier. Besser als Laufen. Besser als Laufen. Das sind alle mal. Das wird, ja, ja. So, jetzt zu einer Kutsche jetzt dürfte das ja alles hier ratzenbatzen gehen. So ist hier noch los, los, los. Ja, Bewegung. So, bobo, bobo. Anhalten. Zack. Ah, okay. Aber dennoch ist Geld wirklich wichtiger als die Gesundheit ihres Kindes. Ich, bitte. Ich gebe Ihnen alles Geld, das ich habe. So. So, das haben wir schon mal. Oh, jetzt noch mal. 500 Meter hier, ey. Ich dachte, das wäre jetzt nur eins. Nee, ich muss mehrere Sachen holen. Aber zum Glück habe ich die Kutsche genommen. Wir sitzen so ja noch Passanten drauf. Die hin und herunter. So, fünf Minuten haben wir noch. So ein bisschen mehr. Oh, woop. Zack. Oh, okay. Mensch, jetzt sind wir hier los. Oh, zack, 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 zack. Bam, bam, bam. So, alle, alle super tot. Super tot ist auch gut, ja. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Diese Vorräte sind für Miss Nightingale. Ich will Sie abholen. Sie wurden schon auf den Wagen geladen. Bitte nehmen Sie sie. All klar. Ach, nee, war. Das war ja klar. Seien Sie vorsichtig. Einiges davon ist sehr zerbrechlich. Hm. Tolle Ding. Oh. So, unter einer Minute muss ich das Ding entführen, eigentlich. Und ich habe auch nur noch nicht mal mehr vier Minuten Zeit. Wenn der jetzt zu weit weg fährt, das ganze Stück muss ich ja auch wieder zurück. Los, 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 los. Zack. Oh, nee. So weit zurück muss ich gar nicht. Idiot. So, super. Also das war es ja jetzt, glaube ich. Liege ich ja sehr gut in der Zeit. Ich muss nur drei Minuten über, wenn ich da bin. Das ist sehr gut. Sie sind zurück. Und kein Moment zu früh. Haben Sie die nötigen Medikamente? Wie geht es dir? Sie wird wieder gesund. Havalan, Ellie, die Kinder. Dank Ihnen verteilen wir wieder echte Medizin. Was ist das eine dauerhafte Lösung? Ich schlage vor, entsprechende Vorschriften zu erlassen. Nein, das steht in Ihrer Schuld. Es dauert lange, Dinge zu ändern. Aber ich werde nicht fortgehen, Miss Frye. Gut, haben wir auch Bonusaufgaben erledigt. Sehr schön. Ähm. Gut. So, hier haben wir ja alles schon erledigt. Was denn das? Endstation. Achso. Gut, da können wir hin. Dann machen wir nämlich gleich die nächste Aufgabe. Aber... Oh, oi, oi, oi. Schränkt ja ernst. Schön. Für die Zeit, dass sie hier... Bewege! Au! Na los! Genau, na los! Na los! Na los! Schneller, schneller, schneller! Bitte, bitte, bitte! Ja! Zack, zack, zack! Na los! Na ja, jetzt sind wir ja da. Oh, oi, 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 oi. Was steht denn da schon wieder für ihn herum? Halt dich lieber von mir fern, wenn du weißt was! Halt dein Maul. Wenn du was weißt. Drecksack, Drecksack. Drecksack. So, nächste Mission.